Halle, 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 Hall Einen interessanten Gast einzuladen, bekannt aus TikTok, eine Million Views, hat sein Es-gibt-Kuchen gemeinsam mit seinem Kamerad-Hut. Conny Farmer, Servus. Servus, hi, ich freue mich. Wie oft wurdest du auf diese Kuchensache angesprochen in den letzten Tagen? Also ich sage dir ehrlich, mehr als einmal. Habe mir fast schon denken können, dass du so rein startest. Und beim letzten Heimspiel ist ein Fan zu mir gekommen und hat mir was in die Hand gedrückt. Da habe ich noch gedacht, was ist jetzt hier los? Dann war das in Plastik verpackt, habe ich reingeguckt, war das einfach so ein kleiner Google-Hupf, heißt es so? Ja. Zitronenkuchen. Geil. Und hat es mir mitgegeben und hat gesagt, ich soll das heute nach dem Spiel an Elias Hut weitergeben und wir können den uns teilen. Also die Geschichte, die hat auf jeden Fall ein bisschen Wellen geschlagen, aber finde ich eigentlich ganz cool. Ja, die großen Stars, Cristiano Ronaldo und so, die haben ja Schuhausstatter, vielleicht kriegst du jetzt unter Elias einen Kuchenausstatter. Ja, wenn das die ein oder andere, das ein oder andere Etablissement, wo man Kuchen kaufen kann, hier in Regensburg hört, ich bin offen. Ich esse sehr gern gewisse Kuchen. Aber du hast ja, genau, du hast ja im YouTube-Video gesagt, du bist da sehr wählerisch. Ja, sehr extrem wählerisch. Also so alles, was Torte ist oder zu viel drumherum und auch mit Früchten und allem, bin ich überall raus. Nein, da sind wir eins zu eins die gleichen, am liebsten Marmorkuchen mit viel Schokolade. Ja, Schokolade bin ich aber auch raus. Bei mir ist es dann eher ein ganz normaler, dieser Hefezopf mit ein bisschen Nüssen, so was. Das bin dann ich und beim ganzen anderen Rest bin ich leider raus. Und Rosinen, also so Osterbrand? Auch nicht, auch nicht, leider. Ich greife lieber zu Gummibärchen. Gummibärchen und Nusszopf fürs nächste Mal. Perfekt. Wenn man mir eine Freude machen will, dann Gummibärchen. Sehr geil. Wir fangen immer so ein bisschen an mit deiner Historie. Bei dir ist es ein bisschen einfach. Du bist nicht sehr weit aus deinem Dorf rausgekommen bisher. Aber wer hat dich denn zum Fußball gebracht? Das war meine Mama. Mama ist eigentlich, seit ich klein bin, was Sport angeht, immer Vorreiterin gewesen. Hat früher selber Basketball gespielt, ziemlich lange. Und das war für mich dann einfach wie so ein kleines Sportvorbild. Und Mama hat mich damals im Fußballverein angemeldet. Und war du mich im Basketballverein? Dafür war ich vielleicht zu klein. Vielleicht hat sie das gesehen. Oder vielleicht hat sie Angst gehabt, dass ich auch mal so eine krumme Nase wie sie haben könnte. Weil sie hat mal einen Ball dagegen bekommen. Vielleicht auch deswegen. Nee, ich glaube einfach, sie hat gemerkt, dass ich gern gegen Bälle trete und dass mir das gut Spaß machen könnte. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Mir hat mal meine beste Schulfreundin damals die Nase beim Basketball gebrochen. Also die Gefahr ist da, dass sie nicht ganz alleine ist. Ja, krumm ist sie nicht, aber dick. Ja, weil Mama ist sie noch ein bisschen krumm, leider. Die kann man eindrinken notfalls. Und mit wie vielen Jahren war das dann ungefähr? Oh, ich glaube, Bambini. Also wie alt ist man da? Vier oder fünf? Ich glaube so. Also ganz von Anfang an habe ich eigentlich angefangen im Fußballverein. Damals war ich noch im Schwimmen, habe noch gesungen und habe auch andere Sportarten Leichtathletik ausprobiert gehabt. Aber das Fußball war dann gegen Ende einfach schon immer das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Und dann hat dich irgendjemand mal entdeckt und du bist ein bisschen höher gekommen? Oder war das dein Heimatverein oder ist das schon die Bezirks-Oberliga-Variante? Ja, genau. Das ist schon eine Stufe drüber. Ich habe lange bei uns in Preissach, da bin ich aufgewachsen und geboren gespielt. Und ich glaube, hier in Bayern ist das auch so, da gibt es Stützpunkte. Und in dem habe ich schon immer gespielt und dort wurde mir dann auf Dauer schon nahegelegt, weil ich auch in der südbadischen Auswahl war, also noch eins weiter, dass ich im Vergleich zu den anderen, vielleicht wenn es gut wäre, nicht nur zwei Trainingseinheiten die Woche zu haben, sondern vielleicht drei oder vier. Und genau, dann bin ich nach Emding gekommen, weil dort viele von meinen Freunden gespielt haben. Ich kannte den Trainer damals gut und das hat eigentlich super gepasst. Was war deine Position noch zu dem Zeitpunkt? Damals, als ich angefangen habe, angefangen habe ich als Stürmer und dort angefangen als rechts- oder links-Mittelfeld. Also ein Tick offensiver, als ich sonst spiele. Ja, letzte Saison hat man dich ja auch öfters mal offensiv versucht. Aber ich glaube, jetzt wo du es selber ansprichst, du hast dir einen Raum lieber vor dir als hinter dir. Ja, genau. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, Ball zu treiben oder wenn ich Raum vor mir habe, den gut mit Ball zu attackieren. Und deswegen stimmt es, da habe ich schon gerne Raum vor mir, ja. Wenn ich böse sein würde, würde ich sagen, bis zur dritten Liga ist dein Spielstil ja unverteidigbar, weil Ball vorbeilegen, schneller sein, jeder kennst. In der Kreisliga und überall, also keine Chance gegen so einen Spielertypen. Aber dann hattest du, mit dem Spielstil hattest du in der zweiten Liga schon ein bisschen Probleme, oder? Ja, ich glaube, das letzte Jahr war nicht, oder auch die zwei, man hat einfach gemerkt, das war einfach ein bisschen schwieriger. Ich glaube aber, als ich hierher gewechselt bin, direkt am Anfang und wir so einen guten Lauf hatten, da hat das auch gut funktioniert. Da wurde auch einfach befreit drauf losgespielt und ich glaube, dass ich mit meiner Geschwindigkeit auch in der zweiten Liga vorbeikommen kann. Das ist, dritte Liga sind vielleicht noch sogar noch viele ein bisschen jünger, noch ein bisschen schneller, vielleicht ist in der zweiten Liga ein bisschen mehr Erfahrung. Da hauen sie dir halt öfters mal auf die Socken. Ja, aber ich glaube, ich habe eine Endgeschwindigkeit oder auch Geschwindigkeit mit Ball, die ist auch in Liga 2 schwer, mich einzufangen. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Revest Fitness Club in Regensburg. Ja, ich hocke jetzt hier im Büro, es schüttet wie die Hölle draußen, ich sehe es aus dem Fenster. Und ich würde eigentlich lieber im Sparbereich vom Revest Fitness Club hocken, ein bisschen in der Sauna, ein bisschen die Füße dann ins Wasser legen. Ach, wäre das schön. Aber nein, wir müssen alle arbeiten, aber man kann es natürlich auch am Feierabend dann machen. Und man könnte sich ja jetzt auch ein Farber-T-Shirt holen. Also wenn ihr über das Codewort 1889FM Jahn-Podcast ein Abo abschließt, bekommt ihr zahlreiche Vorteile. Und zwar ein Jahr-Trikot mit Wunschvlog und einen 50-Euro-Gutschein für den Fanshop. Ihr müsst nicht die Katze im Sack kaufen, sondern ihr könnt dort auch erstmal ein Probetraining machen. Einfach per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon, ganz klassisch einen Termin vereinbaren und im Revest Fitness Club in Regensburg erstmal Probetrainieren. Und dann eben mit dem 1889FM Abo alle Vorteile genießen. Und jetzt geht es weiter in der Folge. Dann ziehe ich schon mal eine Frage aus Instagram vor. Hast du schon mal gemessen, wie schnell du bist? Ja, ich glaube, letztes Jahr in Liga 2 waren es 35-3, wenn ich mich nicht ganz ehe. Topspeed, also gar nicht so langsam. Wie war das dann bei den Bundesjugendspielen? Hast du dann immer die 100 Meter gerockt? Ja, habe ich geliebt. Bundesjugendspiele 100 Meter immer in der Topzeit. Weitsprung auch. Kommt ja auch ein bisschen drauf an. Also alles, was so mit Laufen zu tun hatte, auch Langlaufen habe ich auch gemocht. Du hast da quasi das Werfen durch Laufen ausgetauscht. Das konnte man ja, glaube ich, oder? Nein, das ging bei uns nicht. Aber auch Werfen war kein so großes Problem. Also Bundesjugendspielemäßig. Sonst bin ich da nur okay, würde ich sagen. Du hast ja angefangen, und ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, im Eramt zu studieren. Ist das Sport auch dabei? Ja, Sport und Wirtschaft. Leider ist es jetzt seit letzter Saison schon, habe ich mich dazu entschlossen, dass es, es macht keinen Sinn, weil das geht nur in Freiburg. Es wird nicht angeboten als Fernstudium. Durch Corona konnte ich viel noch online machen. Jetzt gibt es es nicht mehr. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, Fernstudium zu machen und nur Wirtschaft. Nur Wirtschaft? Also BWL rein? Ja, das ist, ja, genau, Wirtschaftswissenschaft. Nein, es ist aber eigentlich ein Mix aus VWL und BWL. Ja, macht ja auch Sinn. Also wurde ja irgendwann mal getitelt, ich glaube, die schlaueste Mannschaft Deutschlands, oder? Ja, das habe ich damals auch gelesen, ja. Ist es immer noch so? Ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich glaube, so viele studieren bei uns jetzt nicht mehr, aber ich glaube, wir sind trotzdem gar nicht so dumm. Ihr versteht zumindest die Regeln von UNO. Vielleicht, wenn man den einen oder anderen rausnimmt, vielleicht den einen oder anderen Agenten. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir sind trotzdem nicht so ganz dumm. Nee, aber UNO-Regeln versteht auf jeden Fall die ganze Mannschaft, das weiß ich. Hast du das so reingebracht oder wie kam dieser Hype innerhalb der Mannschaft? Ja, letztes Jahr haben wir verschiedene Spiele noch gespielt, aber da waren es noch nicht so viele, die mitgemacht haben. Und UNO war dann gegen Ende das Spiel, was sich durchgesetzt hat. Und das habe ich dieses Jahr wieder als Hauptantrieb versucht zu integrieren. Und jetzt muss man sagen, spielen das, glaube ich, von 30 Mann im Kader 23 aktiv, am liebsten Tage und Nächte lang. Da treffen wir uns abends zum Pizzaessen irgendwo in der Stadt und dann wird dort halt nach dem Pizzaessen nochmal drei Stunden geblieben. Und wir spielen zusammen UNO. Und das macht einfach riesig Spaß und freut mich natürlich, dass meine UNO-Liebe jetzt auch auf die Mannschaft übergeschwappt ist. Gibt es da so spezielle SSV-Regeln? Ja, also wir spielen mit Straßenregeln. Wer UNO kennt, plus vier auf plus vier ist absolut erlaubt, sogar gern gesehen. Mit einer schwarzen Karte darf man nicht beenden, das ist noch so eine Regel. Und sonst auch mit reinschmeißen. Ja, aber so A schießen im Training dann, wenn einer verliert oder so? Nein, 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 das nicht. Nee, nee, es gibt dann andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, das Abendessen muss ja bezahlt werden. Wenn wir dann schon da sitzen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da kommen. Da schwitzen dann die Nachwuchskicker, die noch im Ausbildungsvertrag. Aber mit denen sind wir ein bisschen netter. Die dürfen außer Konkurrenz mitspielen. Habt ihr dann auch diese Maschine da am Start, die dann so auswählt, wie viele Karten? Nee, nee, das wäre noch, sind wir selber am Mischen und am Austeilen. Ja, sehr gut. Ja, du hast ja selber gesagt in dem Interview vom Jan, dass du die Playstation gar nicht mehr ausgepackt hast, seitdem du hier bist. Wie ist dann die Stimmung im Bus? Wird da auch eher beim Hin- oder bei der Rückfahrt gespielt oder gar nicht konzentriert? Also wir spielen Hin- und Rückfahrt. Und zurzeit macht die Rückfahrt natürlich deutlich mehr Spaß, wie wenn ich es jetzt mal mit den letzten Jahren vergleiche. Aber sonst, Hinfahrt, treffen wir uns im Bus. Es gibt klare Sitzordnungen. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Und hinten gibt es zwei Vierer. Auf dem einen wird Uno gespielt und beim anderen Schafkopf. Da kann man sich wahrscheinlich denken, wie er da an dem Schafkopf-Tisch hat. Ja, Schafkopf-Tisch sind die üblichen Verdächtigen. Bene, Bene Sala, dann ist Sepp, Andi Geipel dort, Robin Ziegele, unnormal, Ansbach, also Ansi. Aber der ist zurzeit nicht dabei und dann muss unser Physio einspringen. Ja, hätte man sich denken können. Letztes Jahr haben sie es ja nicht immer zusammenbekommen. Als Bene bei uns im Podcast war, hat er ein bisschen getrauert drum, dass diese Schafkopf sind. Letztes Jahr hat das nicht so funktioniert. Da waren lauter Preisen im Kader. Der einzige Grund, Andi Geipel zurückzuholen. Da gibt es noch mehrere. Aber das ist bestimmt auch einer, ja? Nee, ja. Andi ist natürlich eine lebende Legende. Ja, wenn er das hört, ich liebe ihn, muss ich sagen. Wirklich, wir haben uns direkt gut verstanden. Macht Spaß mit ihm. Und ist ein toller Kapitän und noch viel coolerer Mannschaftskollege und Freund geworden. Ja, ich glaube, solche Leute brauchst du halt in jedem Verein, die dann auch generationsübergreifend alles zusammenhalten so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich will nochmal ein Stück zurück zu deiner Freiburg-Zeit gehen. Du hast ja selber auch in dem Jahr natürlich gesagt, dass dein Herzen natürlich noch an deiner Heimat hängt. Und war dein großer Traum beim SC Freiburg mal in der ersten Mannschaft zu spielen? Und ich meine, ich weiß nicht, ob das damals schon ein Thema war. Champions League war wahrscheinlich auch noch nicht groß der Traum da, aber ist ja dann irgendwann passiert. Ja, auf jeden Fall. Mama hat mich mit ins Stadion genommen. Wie ich schon gesagt habe, da war ich noch ein kleiner Junge und habe noch keinen Eintritt gekostet. Und seitdem war das halt einfach mein Verein. Ich glaube, das kennt jeder, der hier in Regensburg seit er klein ist ins Stadion geht. Für den ist Regensburg der Verein. Und dann war das natürlich ein großer Traum. Als ich dann im letzten Jahr in der U23 dann bei den Profis dann auch das fast komplette Jahr trainiert habe, war das natürlich riesig für mich. Und deswegen, wie du sagst, stimmt es, war das auf jeden Fall mein großer Traum beim SC zu spielen. Wie ist Christian Streich so im Training? Gute, das ist ein guter Mann, ja. Also auf jeden Fall ein Top-Trainer. Bin gut mit ihm ausgekommen. Verstellt sich nicht. Wenn man seine Videos kennt, so ist er auch auf dem Trainingsplatz und kann nichts sagen, was irgendwas anderes wäre. Aber er kommt tatsächlich auch so mehr übers Mentale oder ist der auch ein krasser Taktik-Fuchs? Ich glaube, da ist ein guter Mix aus beiden. Sonst hätte er sich nicht so lange auch gehalten und wäre nicht so erfolgreich. Das ist ja eine riesige Erfolgsgeschichte, was der SC seit Jahren da macht. Und ich glaube, da gehört beides dazu. Wenn er nur ein guter Motivator oder ein guter Trainer vom Menschlichen her wäre, dann wäre das irgendwann mal aufgeflogen. Und wenn er es menschlich überhaupt nicht hinbekommen wird, dann wird auch dort spätestens irgendwann mal was krachen. Und deswegen ist er einfach ein guter Mix aus beiden. Und das macht seine Arbeit einfach super mit dem kompletten Team dort. Das heißt, er hat es dir auch schon beigebracht, dass das vielleicht für Bundesliga noch nicht rankt und du irgendwann mal später zurückkommen sollst. Ja, also so haben wir darüber nicht geredet. Aber wahrscheinlich wäre das sonst auch seine Aussage gewesen. Also das heißt, außer Regensburg könnte ich noch mal Freiburg in die Champions League locken. Das würde dich schon noch reizen. Ja, Champions League würde mich egal wo reizen. Champions League oder Euro League würde mich egal wo reizen. Ja, bei uns auch, oder? Ja, natürlich. Hier im Jahnstadion mal Real Madrid zu begrüßen. Ich glaube, das wäre das allergrößte, oder? Ja, wir können ja mal Crowdfunding für ein Testspiel aufsetzen. War ja schon immer meine Forderung, dass man mal wieder jemanden internationalen einlädt. Aber das Jahnstadion ist ja relativ teuer, deswegen müssen wir ja dann Norwich auswärts spielen. Wollte gerade sagen, wir haben gegen Norwich gespielt, da war ich dabei. Da war ich auch noch voll gehypt für die Saison. Das war schon cool, ja. Da hat es ja auch noch Spaß gemacht. Ja, das Spiel haben wir auch gut gespielt, ja. Und dann ist diese Saison gekommen. Du musstest das jetzt ansprechen. Du wolltest. Ich wollte dich dahin lotsen, ja, natürlich. Aber ja, man muss ja es zumindest noch ein bisschen ansprechen. Da heißt es wieder, der Fischer traut sich nicht, die kritischen Fragen zu stellen. Nein, alles gut. Aber ich glaube, wir haben es alle auch im Verein, auch im Fanumfeld, in Anführungsstrichen verarbeitet. Natürlich auch, weil es jetzt so geil läuft. Trotzdem gibt es ja so ein paar Sachen vom letzten Jahr, die mich auch interessiert hätten. Also vor allem bei dir, du bist ja geblieben als einer der wenigen. Es gab ja auch immer sehr viel Spekulation. Bleibt vielleicht der noch? Bleibt der andere noch? Und am Ende bist du eigentlich quasi nur du geblieben und Bene Saller, weil er halt, weil er ja hinten auf die Hans-Jakob-Wand möchte. Der kann ja nicht wegwechseln. Meine süffisante Frage ist, wie oft hat dich dein Berater angerufen, hat gesagt, jetzt wechsel halt. Nein, so läuft es nicht ab. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Berater und wenn mein Berater mich anrufen würde und sagen würde, jetzt wechsel doch, dann würde ich den Berater wechseln. Das wäre dann das Erste. So basteln nach deiner dann. Ja. Nee, mein Berater und ich, wir kennen uns jetzt schon richtig lange. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Ich bin total zufrieden mit dem, wie wir das bisher mit meiner Karriere so gemacht haben und wie der Austausch ist. Und der Austausch war auf keinen Fall so, sondern ganz einfach, wie ich mich fühle, was ich denke, was er denkt, was er von Inputs bekommt, auch von anderen Vereinen. Und dann wird gemeinschaftlich einfach darüber nachgedacht. Wie findest du dich selbst im Vergleich zum letzten Jahr? Also was hat sich verbessert? Also was glaubst du, was du selber verbessert hast? Und ja, wie sich dein Spielstil vielleicht auch angepasst hat? Ja, ich glaube, dass mir das dieses Jahr sehr gut tut, dass ich viel mehr Verantwortung trage. Ich weiß das jetzt auch mit Bena als zweiter Kapitän, jetzt schon länger da, älterer Spieler, so viele Junge, weiß ich einfach, dass es dieses Jahr auch an der Zeit ist, voranzugehen. Und es ist nicht nur in der Kabine mit lustigen Sprüchen, das gehört auch dazu, sondern auch auf dem Platz. Ich glaube, die Jungs nehmen sich ein Vorbild an Spielern, die jedes Spiel alles reinhauen, vorleben, wie man den Verein einfach im Herzen trägt und dann auch im Spiel trägt. Und so wollte ich einfach dieses Jahr auf jeden Fall ein Vorbild sein. Und was sich natürlich auch verbessert hat, ist, ich spiele einfach befreiter. Ich glaube, das merkt man. Ich mache wieder die Sachen, die mich stark machen. Ich bin wieder frech. Ich gehe ins Eins-gegen-Eins, wenn ich kann. Ich schiebe an, so viel ich kann. Und das sind einfach meine Attribute, die mich stark machen. Und die bringe ich zurzeit einfach wieder voll ein. Das ist ja dann irgendwie auch sowas, letztes Jahr hättest du es gern gewollt, aber wenn es scheiße läuft, dann ist man auch nicht frei im Kopf oder lag es auch noch an was anderem? Ja, das liegt, glaube ich, immer an mehreren Dingen. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwas ist schuld oder der Kopf ist nur schuld, sondern es liegt dann immer an vielen Sachen. Dann lief es als Team nicht so. Dann ist es als Spieler natürlich auch immer schwer, wenn man mal spielt. Dann spielt man drei Wochen nicht. Dann kommt man rein, macht eine Vorlage, dann spielt man wieder vier Wochen. So Sachen ist natürlich auch nicht so ganz so leicht. Deswegen glaube ich, dass es einfach dann mehrere Faktoren waren. Aber ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was mich stark macht. Und ich glaube, dass ich das diese Saison auch gut bisher gezeigt habe und auch weiterhin so machen werde. Ich habe ein bisschen geschmunzelt oder darüber nachgedacht, dass das eine komische Aussage war, als Achim gemeint hat, ja, ihr zwei seid quasi für die rechten Verteidigerpositionen vorgesehen, du und Bene, und müsst euch darüber auch betteln. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, es sind aber die zwei besten Spieler in der dritten Liga. Da wird dann schon was anderes passieren und es ist ja jetzt auch was anderes passiert. Aber so richtig hattest du auch am Anfang der dritten Liga jetzt noch deine Position nicht gefunden. Das hat sich auch noch so ein bisschen entwickelt. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen Einblick auch in diese Entscheidungen geben? Ja, gern. Das liegt daran, dass ich glaube auch den rechten Mittelfeldspieler sehr gut spielen kann. Ich sage von mir selber, ich mag das weiter von hinten zu kommen, aber wir haben auch Anfang der Saison viele Spiele gesehen, wo ich das dann auch vorne einfach dann auch richtig gut mache. Ich kann gut, also ich glaube, ich kann gut anlaufen. Und der Trainer hat es, Joe hat es letztes Jahr mit Bene und mir schon zusammen gemacht, gegen Heidenheim das letzte Spiel. Und das hat ihm einfach super gefallen, weil Bene und ich, wir verstehen uns richtig gut auf dem Feld und auch neben dem Feld. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, wenn wir zusammen recht spielen, dann ist es einfach eine starke rechte Seite. Und ich glaube, das war seine Idee von Anfang an. Und so wie Fußball dann ist, hat sich das dann alles doch dann wieder ein bisschen verschoben und gedreht. Und man muss zurzeit auch sagen, was Bene als Linksverteidiger spielt, fußverkehrt, ist für uns einfach brutal wichtig. Der spielt super Bälle. Gerade unser Spielzug, wenn er die Mitte findet, meistens über Grille und der verlagert und ich habe dann Platz über rechts, sind oft unsere Angriffe, die dieses Jahr einfach richtig gefährlich waren und richtig Power nach vorne erzeugen. Und deswegen glaube ich, dass sich das jetzt erstmal so gefunden hat, aber dass es natürlich auch immer wieder wechseln kann. Ich habe, wie gesagt, kein Problem, auch ein, zwei da vorne zu spielen. Ich fühle mich, fühle mich so oder so wohl. Es gab ja auch am Anfang die Idee quasi, Rechtsfuß auf links zu setzen und Linksfuß auf rechts zu setzen, also vorne, damit ihr Robben-Ribery-like auch mal aufs Tor schießen könnt. Das ist ja dann aber auch nicht so umgesetzt worden, sondern eher lieber die Flanken. Hat sich das dann auch eher so aus dem Training ergeben oder aus dem Personellen? Ja, wahrscheinlich auch wieder so ein Zwischenspiel aus beiden. Wir hatten begonnen, mit zwei Stürmern zu spielen, dann ist der Außen-Mittelfeldspieler nicht der, der komplett im Sechzehner unterwegs ist, sondern eher der Flankengeber, wenn wir zwei kopfballstarke Stürmer drin haben. Und deswegen ist es dann schlauer, den Rechtsfuß über rechts kommen zu lassen. Wenn man jetzt zur Zeit zieht, hat Oskar oft fußverkehrt bei mir rechts gespielt oder Dome Cota auf der anderen Seite. So funktioniert es natürlich dann auch. Dann haben wir mehr die Halbräume besetzt und können dort gefährlicher werden. Also ich glaube, wir sind dieses Jahr da einfach deutlich variabler und einfach auch gefährlich von der Bank. Joe sagt ja auch selber, dass er sehr erstaunt ist, wie schnell quasi sich viele Automatismen sich so ein bisschen eingespielt haben. Er hat geglaubt, dass halt diese Entwicklung ein bisschen länger dauert. Hoffen wir mal, dass sie sich nicht zurückentwickelt. Passiert ja beim Fußball auch manchmal. Aber wo siehst du jetzt noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial? Also man hat jetzt, glaube ich, geschafft, auch dieses Umschaltspiel wieder besser hinzubekommen, vor allem in der englischen Woche. Habt ihr, glaube ich, einen Riesenschritt gemacht. Das hat halt davor nicht so funktioniert. Und ja, was ist der nächste Step? Was würdest du sehen, was man jetzt so die nächsten Wochen angeben muss? Ja, was du sagst, stimmt. Also da kann man sich auch sicher sein, dass wir alles geben weiterhin, dass wir uns weiter verbessern. Und es gibt auch noch viele, viele Dinge, die wir verbessern können. Eine Sache ist, wovon wir viel sprechen, gerade in Spielen, wo es mal nicht so lief. Wir haben auch Spiele gemacht, die waren jetzt nicht so berauschend, haben oft trotzdem gepunktet, was auch schön ist, aber davon kann man nicht immer ausgehen. Es gilt dann einfach drum, in so Spielen trotzdem einfach behutsamer und besser mit dem eigenen Ballbesitz umzugehen. Wir haben viel zu oft einfach zu schnell Bälle wieder hergegeben. Dann fühlt es sich für uns und für draußen so an, als wenn wir gar nicht teilnehmen. Und das ist eine Sache. Und dann, jetzt war es am Wochenende so, dass wir kaltschnäuzig waren, aber es gab schon Spiele, gerade gegen, wenn ich mich an Sandhausen erinnere. Da hatten wir so viele, so gute Torchancen und müssen die einfach noch kaltschnäuziger ausnutzen. Wenn es da einfach dann ein, zweimal beim Gegner scheppert, gibt uns das ein ganz anderes Gefühl, weil wir spielen das gut raus und müssen dann einfach uns belohnen dafür, für das Gute rausspielen. Ja, ich finde auch, was man im letzten Spiel so richtig gesehen hat, wenn ihr selber den Ball habt, wisst ihr nicht so recht, was ihr damit anfangen sollt. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, gebt dem Gegner den Ball, damit ihr wieder eure Konterstärke aufziehen könnt. Aber Halle konnte halt auch nichts mit dem Ball anfangen und deswegen hat es da ein bisschen komisch ausgesucht. Ich glaube, das ist vielleicht zu außer, aber so würde ich das nicht sagen. Wir wissen dann schon, was wir mit dem Ball bis ins Anfang, aber wir waren gerade erste Halbzeit einfach überrascht. Wir haben Halle, wir kennen Halle, haben uns gut auf Halle vorbereitet und wir haben gedacht, da kann man ja sagen, da brennt es ein bisschen, ist ja auch normal, dass die uns anfackeln werden von Beginn an. Dann war das nicht der Fall, sondern sie stellen sich hinten rein und ich glaube, jeder, der mal Atletico gesehen hat, der weiß, die spielen nicht wie Atletico, aber der weiß, wie schwierig das ist gegen eine Sechserkette, drei davor, wie schwierig das ist, zu guten Torschancen zu kommen, ohne dass es so aussieht, als wenn man selber fast einschläft. Und deswegen war das einfach schwierig, war eine neue Erfahrung für uns und auch da geht es dann einfach darum, dass wir gerade defensiv einfach nichts zulassen. Das Gegentor war völlig vermeidbar, sorry, völlig vermeidbar, dass wir einfach nichts zulassen und dann haben wir 90 Minuten Zeit, gegen das Bollwerk anzukämpfen, um ein Tor zu machen. Das Stadion wird ja dann auch immer unruhiger, bei auswärts vor allem auch und solche Geschichten. Jetzt hast du mich so ein bisschen rausgebracht, weil ein, zwei Sachen wollte ich eigentlich noch anbringen. Genau, vor allem finde ich diese Saison erstaunlich, wie du schon sagst. Es sieht am Anfang immer ein bisschen aus, als würde der Gegner uns überraschen manchmal und in der zweiten Halbzeit stellen wir um und auf einmal spielen wir sie an die Wand. Also ein Kumpel von mir hat mir vor einem Monat auch geschrieben, frag mal einen Conny, wenn du ihn siehst, warum er erst einmal zur 60. Minute anfängt zu laufen. Das hat sich jetzt geändert in den letzten Monat, finde ich, aber damals war es schon exklatanter, dass man richtig gemerkt hat, irgendwas passiert in der Kabine. Ich sag immer, Joe holt sein Mastermind raus und dann habt ihr euch perfekt auf die Gegner eingestellt und dann in der zweiten Halbzeit geht dann immer noch was. Das hat sich jetzt, wie gesagt, die letzten, also Halle habt ihr die ersten Viertelstunde eigentlich echt gut gespielt auch, aber das war sehr auffällig, finde ich. Ja, es ist auch so eine neue Stärke quasi, einfach sich aufs Spiel anpassen zu können. Das hat man letztes Jahr immer nicht so oft das Gefühl gehabt. Ich glaube, dass das so auffällt, weil wir dann viele halt in der zweiten Halbzeit überraschen, was wir eigentlich drauf haben. Und ich glaube trotzdem noch, dass es einfach ein bisschen geht. Wir sind so neu. viele haben noch nie miteinander gespielt. Es wird immer besser, aber wenn dann Situationen doch nicht so sind, wie man sie vorstellt oder irgendwas nicht passt, ist es ganz schwierig, im vollen Stadion das so anzusprechen. Deswegen ist die Halbzeit dafür natürlich super, um sowas dann so kleine Anpassungen vorzunehmen. Und was man sagen muss, vielleicht liegt das auch da an Grad 60. Minute. Dieses Jahr ist einfach, wir sagen immer, wir sind ein Team und das sind wir dieses Jahr, weil auch das Team drumherum und das sind alle, auch die, die mal nicht spielen und gerade die, die reinkommen, bringen einfach jedes Mal eine enorme Power. Ich glaube, wer Ingolstadt gesehen hat, das war ein Spiel, das war Wahnsinn. Das denkt man danach noch zwei Tage drüber, wie geil das eigentlich war auf dem Feld. Und auch da war es so, wenn wir die Einwechslung bringen und die funktionieren und bringen neue Energie und wir merken, da geht wieder was und jetzt haben wir wieder frische Beine und noch mehr Zug nach vorne, dass dann gerade ab 60., 70. Minute wir dann einfach auch durch gute Einwechslungen jeder für sich nochmal weiß, so, jetzt gewinnen wir das Spiel. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Grund ist, wieso man vielleicht von außen denkt, okay, vielleicht fangen die erst ab der 60. Minute an, weil wir dann Qualität bringen können und dann auch das Zeug dazu haben, den Gegner dann, wenn er ein bisschen müder ist, einfach noch besser zu bespielen, wie es vielleicht davor geklappt hat. Das ist für den Außenspieler ja dann auch irgendwann mal geil, wenn der Außenverteidiger nicht mehr kann, dann macht es natürlich am meisten Spaß. Das ist das Größte, ich laufe gern und ich laufe viel, das Größte ist, wenn er eine gelbe Karte hat, hat er es schon schwieriger, wenn er ausgewechselt wird, ist es noch größer für einen auf dem Feld, weil dann hast du alles erreicht. Ne, deswegen, also alles. Ich habe mal nachgeschaut, du hast auch erst drei gelbe Karten in meinem Jahr angeholt, also du kommst da echt ohne aus. Eigentlich schon, ja, jetzt dieses Jahr bin ich ein bisschen viel am Mammeln. Vielleicht manchmal mit dem Schiedsrichter, aber ich mag das manchmal, ich lasse mir nicht mehr alles so einfach gefallen. Ne, aber ebenso viele sind es ja noch nicht. Ich glaube, dieses Jahr, ich habe erst eine jetzt in der Liga. Nicht wie der Andi und der Bene, die alle sechs Spieltage Urlaub haben. Ja, habe ich den Andi schon aufgezogen mit. Ja. Aber auch da, man muss sagen, eine gelbe Karte zum richtigen Moment ist einfach, ist einfach schlau. Im Mittelfeld, definitiv, im Mittelfeld macht es ja auch mal Spaß einen Unzunibit. Und das meine ich nicht mal, es gibt manchmal taktische gelbe Karten, die kann man als Trainer oder auch als Spieler feiern wie ein Tor. Das ist einfach dann gut gemacht wie eine gute Flanke. Ist eine gute gelbe Karte im richtigen Moment. Ja, und ich meine, man muss ja auch für manche Sachen bekannt sein, also ich würde, ich wäre langsam persönlich enttäuscht, wenn Andi nur vier gelbe Karten in der Saison geschafft. Dann müssen wir ihn hier einladen, Ansage machen. Er war schon, er war schon mal, er war sogar schon mal bei mir im Podcast. Ah, okay. Der hat seine Podcast-Pflicht schon erfüllt, vielleicht schaffe ich es nochmal. Ja, da kommt halt die Frage, auch eine Community-Frage, kann ich da gleich einstreuen. Wie schaffst du es dann immer so zu regenerieren, wenn du so viel läufst? Weil du spielst jetzt jedes Spiel 90 Minuten durch, auch in der englischen Woche teilweise. Akast, also ich weiß gar nicht, der zweite oder dritte meiste mit den Kilometern beim Jahr, glaube ich. Das könnte sein, ja. Das Buch um Spiel ist nicht drin, weil vielleicht das Bielefeld, ich verwechsel sie immer, weil der Statistikanbieter da rumfällt. aber ja, also deine, keine Ahnung, deine Unterschenkel müssen ja brennen, Sonntag und Montag. Ja, ich habe eh zu viel Energie, das ist genau eine Sache von mir, sagen mir immer alle, ja. Nee, ich bin einfach sehr bedacht drumherum, was ich wie mache und ich kenne meinen Körper einfach mit der Zeit, habe ich den so gut kennengelernt, dass ich ganz genau weiß, was ich wann machen muss, um ihn wieder optimal vorzubereiten für das nächste Spiel und ich glaube, das ist das Geheimrezept, was jeder für sich braucht. Wann brauche ich Behandlung, wann muss man sich auch mal rausnehmen, weil man merkt, boah, jetzt wird es wirklich sonst knapp für das nächste Spiel und da einfach eine gute Mischung zu finden, zusammen mit unserer Physioabteilung, die das super macht, die einen dann immer wieder zusammenflicken nach den Spielen oder Behandlungen anbieten, so oft und so viel du willst und ich glaube, das ist das Geheimrezept. Gut schlafen oder auch viel schlafen ist auch immer eine Sache, die ich gut finde, vor dem Spiel nicht zu lang, aber sonst einfach gut ausschlafen und guten Schlaf haben und einfach den Körper gut kennen, gut zu wissen, wann ist was wirklich alarmierend und man muss gucken, ob man nicht doch zum Arzt geht und wann ist es auch mal okay und man denkt sich jetzt nochmal eine Runde ins Eisbecken oder doch nochmal einmal zum Physio und dann geht es am Wochenende wieder. Gut essen, habe ich gehört, ist auch ein Hobby. Bei dir nicht? Yes. Ich esse nur viel, nicht gut. Bestimmt beides, oder? Glaube ich dir nicht. Ja, wir kochen oft selber im Büro, da ist halt dann sehr ungesund oft. Ich hätte lieber, dass ich es mir auch öfters rausnehme und im Freien was esse. Das würde ich wahrscheinlich gesünder leben als meinen jetzigen Stil, aber das Fußballer-Lifestyle-Chatset-Leben erlaubt es ja auch ab und zu mal in die Stadt zu gehen und da habe ich gehört, kennst du dich auch ganz gut aus, deswegen gab es auch eine Frage aus der Community, was ist dein Lieblingsrestaurant? Ich glaube, es ist nicht nur eins. Ne, es gibt zwei, kann man sagen, aber mein absolutes Lieblingsrestaurant ist ein griechisches Sarkis Meses. Ist das der in der Stadt am Hof? Ne, das ist der beim Hallenbad. Westbad draußen, glaube ich, ja. Nicht da, wo früher der Italiener-Trend war. Ah, der Rand zu der Straße. Ist ein ganz kleiner Laden, ich kenne die Besitzer jetzt gut, weil ich schon öfter war. Also für mich ist Essen gehen einfach was ganz Besonderes und die machen es einem dort auch besonders. Das ist erstens richtig lecker, zweitens ganz angenehme Stimmung und ganz super nette Bedienung und Besitzerin. Das liebe ich einfach und deswegen gehe ich da sehr, sehr gerne hin. Wenn es nur ein kleines Restaurant ist, hast du jetzt ein Problem, weil jetzt sind eine Million Jahre Fels dort. Das ist ein sehr, sehr kleines Restaurant. Ich habe einmal probiert, vier oder fünf Wochen davor, für mich und meine Familie einen Tisch noch zu bekommen. Das war eher schwierig. Also man muss rechtzeitig sein, ja, aber so ist es ja. Dafür ist es nicht, es ist nicht auf Masse ausgelegt. Sie machen das wirklich auch nicht mit mehr Tischen, weil sie gar nicht wollen, sondern weil sie das genauso lassen wollen, wie sie es bisher haben. Nicht schlecht. Und das zweite? Das zweite ist Pasta Rustica. Kleiner Italiener, macht Nudeln selbst, ist für Mittags, für den Mittagstisch sehr zu empfehlen. Vielleicht sehen wir uns da mal mittags. Vielleicht sehen wir uns da mal, ja. Immer den Conny mit Selfie anfragen. Ja, alles gut. Sehr gern. Immer ansprechen. Habe ich kein Problem mit. Sehr gut. Jetzt muss ich mal noch schauen, was ich noch so hier, ein paar Sachen habe ich wieder verpasst zu fragen, ja. Das kannst du jederzeit nachholen. Aber wenn wir schon beim Essen sind, wie gern hast du Maultaschen? Wer hat das jemand gefragt? Das hat jemand gefragt, ja. Es ist eine Community-Frage. Ja gut, ja, also oft nach dem Training brauche ich irgendwas Schnelles, aber trotzdem warm, weil ich normal zweimal am Tag warm esse. und dann bieten sich Maultaschen an, die sind fertig, die schneide ich in Stücke, die brate ich an, mache mir noch vier oder fünf Spiegelei dazu und dann ist ein Mittagessen eigentlich fertig. Deswegen mag ich Maultaschen schon sehr, ja. Wenn ich zu viele gegessen habe in letzter Zeit, dann immer, hat erst gestern welche. Weißt, sofort wieder morgen, aber jetzt brauche ich sie morgen nicht direkt wieder, aber ich mag Maultaschen schon, ja. Das ist so ein Ding, was man quasi immer, wenn man nicht nachdenken möchte. Ja, das geht einfach schnell. Gerade wenn ich so vom Training habe ich schnell Hunger und habe nicht noch Lust, groß erst eine Stunde zu kochen. Das geht in 15 Minuten und dann bin ich in einer halben Stunde, habe ich fertig gegessen. Also, das kann ich dir auch mal empfehlen fürs Büro. Geht schnell. Ist nicht so ungesund. Salat dazu. Wir haben einen russischstämmischen aus dem Büro und der macht sich immer dieses russische Pardon dazu. Ah, die Teigtaschen. Die kenne ich auch, die sind auch nicht schlecht. Ja, alles was mit Fleisch und Teig gemacht ist. Ich esse gerne Ravioli. Boah, damit kannst du mich jagen. Das ist nicht meins. Das ist doch das Gleiche. Du wirst es mit anderen Soßen sehen. Nein, 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 nein. Das ist nicht das Gleiche. Maultaschen anders gewürzt. Das ist was ganz anderes, finde ich. Ich werde das nochmal bei chefkoch.de oder so. Vielleicht habe ich auch zu viel diese Dosen Ravioli bisher in meinem Leben essen müssen. Deswegen kann ich das nicht mehr haben. Im Freiburger Ghetto. Hey, da komme ich nicht her. Nee, aber manchmal muss es schnell gehen. Noch eine witzige Frage, weiß nicht, welches Haargel benutzt du? Oh, ja. Die Strandmatte von God2b. Das heißt, duschen und einfach nur nach oben kämmen. Nee, normal wie jetzt, nur Föhn und eigentlich nur am Spieltag mache ich sie mit Haargel, dass sie mich nicht nerven. Ah, okay. Aber sonst immer mit schöner Föhnfrisur. Das war es schon fast so ein bisschen. Natürlich gab es eine Frage, die unfassbar oft gestellt wurde und sie mich schon langsam genervt hat. Deswegen habe ich jetzt hier, da habe ich nicht, aber ich wollte einen Bierdeckel mitnehmen und das mir gleich die Vertragsverlängerung aufsetzen. Passt die auf den Bierdeckel? Ja, es gab mal Politiker, die meinten, Steuererklärungen kann man auf den Bierdeckel machen. Und so wird ja... Aber eine probiert, es war schwer. Wir haben mal im Dullzelt einen für unsere bunte Ligamannschaft verpflichtet, der ist danach nie wieder gekommen. Also so gut sind diese Verträge. Nee. So gut sind die nicht, oder wie? Ja, aber natürlich jeder würde sich jetzt eine Aussage wünschen. Ich werde für immer bei Jan Regensburg bleiben. Das ist natürlich wahrscheinlich unrealistisch, aber ich muss dich das fragen. Wie sind deine Zukunftsgedanken? Boah, da sage ich dir, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin einfach gerade froh, wie es für uns als Team läuft. Ich freue mich riesig, in so einem Team zu sein. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich stehe morgens auf mit dem Grinsen, weil ich Lust habe, in die Kabine zu gehen und die ganzen Jungs, die ganzen Quatschköpfe dort alle wiederzusehen. Ich freue mich einfach, wie das gerade läuft und habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Jeder weiß, dass es mir hier gut gefällt, sonst würde ich mich hier nicht so wohlfühlen und so einbringen, aber über alles Weitere habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also dein Langzeitziel ist nicht, da oben auf der Hans-Jakob-Tribüne zu landen. Wieso nicht? Wieso nicht? Auch darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber die Bilder von Olli und Waste sind schon schön. Bene will ja auch unbedingt noch hoch und dann du noch, dann wird es langsam knapp mit dem Platz. Müssen wir anbauen, oder wie? Ja, also mein Traum ist ja, dass mal so viele Leute immer im Stadion sind, dass es sich lohnt, die Kurven auszubauen, zumindest auf der Hans-Jakob-Seite. Naja, also eben, ich habe mir darüber einfach noch keine Gedanken gemacht. Das ist noch zu früh. Ich möchte mich jetzt nicht ablenken lassen von so irgendwas, sondern mach mein Ding. War ja vielleicht auch letztes Jahr ein kleines Problem, dass dann zu viele abgelenkt waren von ihren Folgeverträgen. Ah, vielleicht. Vielleicht, da kann ich nicht in die Köpfe schauen. Also gesagt hat es mir niemand und ich glaube es eigentlich auch nicht, aber man kann ja nie in den Kopf schauen, was wirklich beim Mensch dann abgeht. Aber bei deiner jetzigen Leistung darfst du wahrscheinlich auch keine großen Gedanken machen. Das kommt dann schon einfach von selbst, die ganzen, also die Zukunft. Ja, das ist nett, dass du es sagst. Wie gesagt. Verletzen darfst du dich nicht. Nee, ich freue mich. Hoffentlich verletze ich mich nicht. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir einfach so als Team weiter zeigen können und als Verein, dass wir einfach eine geile Truppe sind. Ja, ich werde jetzt dann noch Achim anfragen und dann werde ich zum Achim sagen, hier, nimm mal so ein Batzen Geld und komm ab Weihnachten an Conny Favre dabei. Ja, gerade, also man muss auch sagen, das hören ja auch viele Fans, es macht für uns Spieler zur Zeit einfach richtig Bock. Ich weiß nicht, sowas wie wir in Ingolstadt erlebt haben, habe ich davor in den zwei Jahren noch nicht erlebt gehabt. So ein Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft so nah beieinander, das war einfach geil und ich kann nur rückmelden aus Teamsicht, dass wir das merken, dass wir das wissen, dass wir das wertschätzen und dass wir alles dafür geben, dass das genauso weitergeht und deswegen will sich jeder in jedem Spiel zerreißen und das hat vielleicht die letzten Jahre ein bisschen gefehlt, aber dieses Jahr sieht man einfach, da steht ein Team auf dem Feld, das will zusammenbleiben, das will zusammen kämpfen und das lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen, weil jeder weiß, dass er sich auf die Nebenmänner verlassen kann und ich gebe eher 120 Prozent, bevor ich nur 100 gebe, wenn ich irgendwas für meinen Nebenmann machen kann und ich, das ist dieses Jahr auch einfach nicht so ein Gerede, weil man sagt es ja oft, wir wollen Team sein, das ist von jedem das Ziel, aber ich glaube, dass wir das dieses Jahr einfach hinbekommen können, eine Saison lang eine richtig, richtig geile Truppe zu sein. Das ist ja auch immer die Sorge von uns im Podcast gewesen, die sich ja dann irgendwann bewahrheitet hat, dass es zu wenig Spieler in der Mannschaft dann irgendwann mal sind, die solche Momente wie damals Düsseldorf 3-0 zurück, 4-3 gewonnen, das war ja auch das, da hat es ja dieser Spirit auch in die alte Mannschaft getragen und deswegen ist dieses Ingolstadt-Moment natürlich auch perfektes Beispiel, dass es jetzt genau dieser Moment ist, der diese Mannschaft mit den Fans zusammenschweißt. Es gab auch noch die Frage, die fand ich ein bisschen ja zu blasphemisch, was hältst du von der Hans-Jakob-Tribüne und das hast du glaube ich jetzt eindrucksvoll beantwortet. Ich glaube, ich war eh beeindruckt, wie viel, also wir sind abgestiegen und das war hart für alle, das war für uns Spieler genauso, das war für mich, das war der Horror, der Sommer war nicht schön, das ist ganz normal und da ist man erstmal im Loch und das ist für die Fans ja genau das Gleiche. und das wissen wir und dann komme ich nach dem ganzen Sommer komme ich hier zum ersten Training und sehe, hey, hier sind viel mehr Leute als in den ersten zwei Jahren, wo wir zweite Liga waren und alle mit einem Grinsen, alle gut gelaunt, alle stehen voll hinten dran, sagen, dieses Jahr wieder zusammen alles geben, das hat mich schon beeindruckt. Freut uns natürlich auch zu hören, dass es dann auch ankommt. Mist, jetzt habe ich meine Frage schon wieder vergessen. Ach ja, genau. Du schmierst uns so viel Honig um. Soll ich mal was Negatives sagen? sag mal was Negatives. Sag mal, keine Ahnung, der Turm vom Grattel zu viel in der Live-Reportage. Ne, ne. Ja, was mich noch interessieren würde, ich habe es mir zehnmal aufgeschrieben, ich hätte es schon dreimal ansprechen können, aber warum funktioniert die Integration der neuen Spieler dieses Jahr so gut? Ich meine, das habt ihr ja wahrscheinlich letztes Jahr auch versucht, ja, oder liegt es halt dann doch daran, dass man vielleicht ein bisschen mehr diesmal auf den Charakter geguckt hat oder ist es einfach nur auch ein bisschen Glück, dass die Leute halt einfach zusammenpassen? Ja, das sind mehrere Faktoren, die dazu spielen. Die erste Sache ist, dass der Kader sehr gut ausgewählt wurde, das haben wir dir verantwortlich gemacht, damit haben wir nichts zu tun. Dazu kommt, dass es jetzt einen Kern an Spielern gibt und es sind nicht nur ein, zwei, sondern vier, fünf, sechs, die Erfahrung haben, die alle mitnehmen und die keinen links oder rechts liegen lassen und die einfach vorleben, was wir sein wollen. Die vorleben, auf dem Spielfeld immer Vollgas zu geben und die auch vorleben, außerhalb vom Platz, dass es nur geht, wenn man miteinander Spaß hat und wenn man nicht nur auf sich schaut, sondern auch wenn die Situation schwer ist, versucht das große Ganze zu sehen und ich glaube, dass es dieses Jahr einfach dann ein Zusammenspiel aus den Dingen ist und dazu kommt, dass wir viele junge Spieler haben und die sich dann natürlich auch drauf einlassen müssen und die lassen sich drauf ein. Die wollen lernen, die sind nicht zickig, wenn sie mal nicht spielen. Hier ist keiner, eine Diva, der nur auf sich schaut, sondern die sind lernwillig, die haben Lust, die hören zu, wenn ein älterer Spieler ihnen was sagt oder einen Tipp geben will. Die kommen von sich aus und fragen Dinge und ich glaube, dass es einfach dieses ganze Zusammenspiel von den Dingen dazu führt, dass wir das dieses Jahr bisher einfach richtig, richtig gut hinbekommen haben, alle mitzunehmen und alle sozusagen ins Team einzuschließen, weil wer Fußball kennt, weiß, es geht nur zusammen und es ist einfach so, es ist einfach ein Teamsport, wenn zu viele aus der Reihe tanzen oder zu viele der Meinung sind, dass nur sie zählen in einem Teamsport, dann funktioniert das Ganze einfach nicht. Das Witzige fand ich ja auch, also es unterstreicht deine Aussage, dass Leute auf dem Bild von Menzel bei der Duld gewesen sind, von dem man es überhaupt nicht erwarten würde. Naja, wir haben alle mitgenommen. Also ich habe auch nicht gedacht, dass Josef Menzel und Band heißen sie, und Kapelle heißen sie ja, also wir hören das nach jedem Spiel und da sind Leute, die sind 18, 19, die hören normalerweise nur Deutschrap, haben am Anfang gedacht, wo sind wir hier gelandet und jetzt singen sie selber mit. also deswegen sind wahrscheinlich genau die, die du auch auf dem Bild gesehen hast, die man vielleicht nicht erwartet hätte, aber das ist es. Wir haben gesagt, wir gehen da noch hin und dann war keiner, ah nee, ich gehe lieber heim, sondern ja, wieso nicht? Ich gucke es mir an, sind alle mitgekommen und haben zusammen das gefeiert und fanden es lustig. Also das war echt, war auch so, so Sachen meine ich damit. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, dann hoffen wir, dass das so bestehen bleibt. Schauen wir mal, was die Saison noch bringt. Jetzt kommen dann tatsächlich auch härtere Wochen, finde ich, also zumindest von den Namen und den Gegnern her. Wenn ihr gegen Dresden auch noch gewinnt, auswärts, und ich kommentiere dort, habe bis jetzt noch nie auswärts gewonnen in Dresden beim Kommentieren, dann... Ja, wir haben, in der ersten Saison haben wir... Ja, da habe ich wahrscheinlich nicht kommentiert, also... Ähm, ich... Nee, wir haben dort gewonnen. Klassenerhalt, 40 Punkte fix gemacht in Dresden. Nein? Ah, 1-1. Wir haben nicht gewonnen. Nicht gewonnen, ja. Stimmt, das war 39 Punkte hatten wir und dann hatten wir, Hunter hat das Tor gemacht. 87. Kopfball. Unentschieden fühlt sich manchmal im Osten an wie ein Sieg. Stimmt, nee. Hat sich aber so angefühlt, ja. Den Fluch hat aber jetzt Joe Endung so ein bisschen mitgebrochen. Der Ost-Trainer hat den Ost-Fluch gebrochen. Ja, also, dann, weiß ich nicht, brauche ich euch ein kleines Denkmal. Da kriege ich eine Packung Gummibärchen. Naja, genau. Ich schmeiße eine Packung Gummibärchen in die Mixzone. Okay, Pasta Fruta sind meine Lieblings. Was? Pasta Fruta heißen die von Haribo. Kenn ich nicht. Das sind meine Lieblings. Aber sind das die... Diese sauren Teppiche, so kleine. Ach so, ja, okay. Die kenne ich, aber ich wusste nicht, dass die so heißen. Ich schaue mal, ob es in meinem Ghetto Netto die gibt. Kann gut sein, dass es die dort gibt, ja. Und dem übrigens auch Andy Galpel manchmal einkauft. Hast du ihn mal gesehen, oder wie? Ja, ich habe meistens ein Kind aus Versehen weggeschubst, weil ich zum Käse wollte. Himmelswillen. Dann habe ich irgendjemand von hinten was sagen hören und habe gedacht, was ist denn das für ein Dialekt? Und dann war Andy Galpel da gestanden. Oh, servus, servus. Das ist doch okay, oder? War eine sehr witzige Begegnung auf jeden Fall, weil ich auch eher so im Stress war und noch schnell was zum Essen kaufen wollte. Und dann trifft man die berühmteste Person in Regensburg. MVP. MVP. Nee, hat echt viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke auch. Und ja, Wochenende musst du ja, für nee, das ist noch nicht Scheiße, ich sage jetzt nichts dazu. Warum? Ich glaube, ich setze mich in die Nesseln, weil wir noch gar nicht gegen 60 spielen. Nee, 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 nee. Ich wollte sagen, du kannst dir sicher sein, dass das bei uns auch keiner im Kopf hat, sondern jetzt spielen wir erstmal gegen Münster und das auch noch zu Hause. Das auch noch zu Hause. Ich habe es nicht im Kopf, weil ich leider nicht im Stadion sein kann. Wieso? Tut mir leid. Parteitag. Ah, okay. Wenn man politisch unterwegs. Okay. Ich habe zu viele Hobbys. Okay, dann bist du entschuldigt. Danke. Aber schon kannst du irgendwo anschauen, oder? Nur Kicker. Ja, ich glaube, ich werde wahrscheinlich das Tablet laufen lassen, während ich abstimme. Das ist ein wahrer Fan, ja? Genau. Und übernächste Woche dann die Ehre von ein bisschen Rache. für eine Geschichte, die euch wahrscheinlich auch genervt hat. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Gut. Nee, noch nicht, habe ich noch nicht dran gedacht. Schauen wir mal. Eben jetzt. Ja, ihr seid ja auch professioneller als wir. Nö, das weiß ich nicht. Nein, nein. Aber also wir bereiten uns jetzt auf Münsterform. Wir haben richtig Bock, wieder zu Hause zu spielen vor unseren Fans und das wird bestimmt ein richtig gutes Spiel. Ja, hoffen wir auch, dass die Zuschauer das mit ordentlich Kaufen von Eintrittskarten beloden. Aber wer es hört, kann sich gerne eine Karte holen, ja. Ja, also mal wieder fünfstellig wäre schon schön. Ja. Das Wetter passt ja vielleicht auch. Bevor es jetzt so richtig kalt wird. Hannes Schüttel, Hannes schaut so ein bisschen. Also die Vorverkaufszahlen sagen noch nicht fünfstellig, aber man weiß es ja beim Jahn, wenn dann auf einmal Samstag oder Sonntag oder Freitagabend ist und das Wetter ganz schön ist, dann kommen sie auf einmal alle angestürzt und überraschen die Tageskasse. Ja, wäre schön. Ja. Tageskasse ist bestimmt dafür vorbereiteter. Ja. Ich gehe mal gleich runter und sage, drückt es mal noch ein bisschen mehr, der Conny hat gesagt, da kommen welche. So, dann genug geschmatzt, dumm geschmatzt und danke für deine Einblicke, schön, dass du da warst. Habe die Ehre. Danke auch. Ciao, ciao. So, und jetzt noch kurz der Unterstützer-Dank und bevor es zu den Spenden geht, muss ich jetzt endlich mal meine Schuld einlösen. Ich habe JetGPT einen Gewinner ziehen lassen für dieses Trikot aus der Abstiegssaison 2022. Es hat uns nicht Glück gebracht, aber ich denke, für jemanden, der Jahn-Fan ist, immer trotzdem noch ein schönes Goodie und zwar hat JetGPT den Konstantin V gezogen. Der hat im Juli 2022 25 Euro gespendet. Das hat sich gelohnt. Ich habe, du hast per Banküberweisung gespendet, ich habe dir einen Cent zurücküberwiesen mit der Anweisung, was du tun sollst. Also schau morgen oder am Montag mal auf dein Konto. Da sollte es dann droben sein. Ja, und danke für die zahlreichen Spenden. Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen unmotiviert, eine Sonderfolge aufzunehmen, aber dann habe ich auf mein Konto geschaut und dann haben Paul und Sonja aus Filshofen wieder ordentlich was gespendet und dann hat mich mein schlechtes Gewissen gepackt und dann habe ich in Hannes geschrieben, du, ich brauche noch einen Gast, kannst du mir jemanden liefern und dann hat es zum Glück mit dem Conny gepasst. Außerdem sind noch ein paar andere Spenden reingekommen. Danke dafür auf jeden Fall. Der Thomas schickt Schutzgeld für 1889 FM. Der Ralf Werner grüßt aus Köln und die Claudia hat Unterstützung für mehr Spucktüten geschickt. Seitdem ging es mir eigentlich wieder gut. Also ich werde aber trotzdem Auswärtsfahrten jetzt immer mal ein Medical Sit mitnehmen und der Christoph schreibt, danke, dass du den Podcast machst. Ich freue mich über jede neue Folge. Das freut mich natürlich auch und dann möchte ich natürlich noch die ganzen Dauerspender wie den Philipp und die 15 Steady-Abonnenten ganz herzlich danken. Durch euch sind auch solche Sonderfolgen möglich und ich glaube, gerade im Moment sind wir ja sowieso alle auf Wolke 7 und da kann man glaube ich auch solche Folgen auch viel schöner genießen, anhören. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die auch was spenden wollen. Der Spendenlink gibt es auf 1889fm oder in den Shownotes unter jeder Folge. Habe die Ehre! Habe die Ehre!